Hallo und herzlich willkommen bei Top Gadgets. Falls ihr auch zukünftig über die besten Gadgets und innovativsten Erfindungen informiert werden wollt, solltet ihr unbedingt unseren YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Falls ihr ein echter Sparfuchs seid, wird euch dieses Video sicherlich gefallen, denn wir stellen euch heute einige Gadgets unter 15 Euro auf Amazon vor. Die präsentierten Produkte sind, wie immer, auf Amazon erhältlich und in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Wenn du fleißig arbeitest oder lernst und dir manchmal die Notizen ausgehen, möchten wir dir die Rich GV LCD Schreibtafel vorstellen. Dieses Gadget ist sehr einfach zu bedienen und sehr hilfreich. Du kannst einfach alle Notizen machen und alles mit einem Druck auf die Taste löschen. Die eingebaute und austauschbare Batterie unterstützt zehntausende von Zeichnungen und Radierungen. Das Rich GV LCD Schreibtablet kommt mit einem Stift für einfache Schreiben und verschiedene Liniengrößen. Die 8,5 Zoll große und 5 mm dicke Tafel ermöglicht es, Zeichnungen und Projektpläne zu erstellen. Es kann auch für Kinder verwendet werden, um ihre Kreativität auszudrücken. Es hat keine elektromagnetische Strahlung und ist sehr sicher für den täglichen Gebrauch. In der Beschreibung unter diesem Video findet ihr den Amazon-Link. Dort bekommt ihr weitere Informationen zum Gadget und könnt es im Online-Shop kaufen. Ein weiteres sehr günstiges und gleichzeitig sehr nützliches Gadget, das wir euch unbedingt vorstellen wollen, sind die HandPure LED-Handschuhe. Diese sind mit einem LED-Licht ausgestattet, das am Finger des Handschuhs befestigt ist. Die LED-Handschuhe bringen Licht in die Dunkelheit. Wenn du die LED-Handschuhe anziehst, selbst wenn du in einem kleinen, dunklen Raum arbeitest oder nachts im Freien arbeitest, kann die LED-Handschuh-Gadget-Technologie dich mit der nötigen Beleuchtung versorgen. Du musst nicht mehr andere bitten, dir beim Halten der Taschenlampe zu helfen und musst nicht mehr die Taschenlampe in deinem Mund benutzen, um deine Arbeit zu beleuchten. Dies hilft dir, deine Hände besser frei zu bekommen. Dieses Gadget ist sicherer und effizienter. Wann immer du eine Arbeit im Dunkeln zu erledigen hast, kannst du diese Handschuhe anziehen und die Arbeit viel einfacher erledigen. Diese Handschuhe können auch ein tolles Geschenk für deine Freunde oder deinen Vater sein. Nummer 3 auf unserer Liste der coolsten Amazon-Gadgets unter 15 Euro ist das Avisi Magnetische Handgelenkband. Dieses Gadget wird dir bei allen Reparaturen zu Hause oder im Auto eine große Hilfe sein. Die perfekte Naht des Armbands mit 15 super starken Magneten ermöglicht es dem magnetischen Werkzeugband fast das gesamte Handgelenk zu umhüllen. Das großflächige Magnetarmband ermöglicht es dir, magnetische Gegenstände wie Schrauben, Nägel, Bohrer, Muttern, Bolzen und so weiter einfach aufzubewahren und darauf zuzugreifen. Es ist so super praktisch, dass man es als eine Werkzeugkastennotwendigkeit bezeichnen könnte. Dieses Gadget ist eine großartige Alternative zu traditionellen Schraubentaschen und ähnlichen Gegenständen. Es wird dir helfen, alle notwendigen Befestigungselemente an einem Ort zu platzieren, sodass du sie leicht verwenden kannst. Wir wissen, dass die meisten von euch nervös werden, wenn auch nur ein bisschen Schmutz oder Staub auf eurem Arbeits- oder Studientisch entsteht. Es ist ein sehr zeitraubender Prozess, den Schmutz vom Schreibtisch oder Boden zu entfernen. Wir möchten dir eine tolle Alternative für die schnelle Reinigung präsentieren. Der Peach PA-105 Mini-Staubsauger ist leistungsstark, mühelos und kabellos. Er entfernt die kleinsten Staubpartikel und macht eine Umgebung sauberer. Dank der hohen Saugkraft entfernt dieser handliche Tischstaubsauger Staub und Krümel. Dank seiner geringen Größe kann der PA-105 überall platziert und bewegt werden. Du kannst ihn zu Hause, im Auto oder wo auch immer du willst verwenden. Er ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich mit nur einer einzigen Tastenbedienung einschalten. Du musst nur zwei AA-Batterien einlegen und schon kannst du dieses erstaunliche Gadget benutzen. Nummer 5 auf unserer Liste der coolsten Amazon-Gadgets unter 15 Euro ist der Sticky Cleaning Putty for Mobile Phones. Wenn du irgendwo gehört hast, man solle Typenreiniger verwenden, um Smartphones zu reinigen, dann bist du hier genau richtig. Typenreiniger sind für Schreibmaschinen entwickelt worden. Schreibmaschinen waren gestern, heute gibt es Smartphones und es gibt Sticky Reinigungsknete. Dieses erstaunliche Gadget nimmt die exakte Form deiner Smartphone oder iPad-Stecker und Ladeanschlüsse an und entfernt ganz einfach den Staub. Du kannst es auch für deinen Lautsprecher verwenden, um den hohen Klang deines Smartphones sauber zu halten. Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen sorgen dafür, dass sie mit der Zeit unhygienisch werden und ihre Funktionen negativ beeinträchtigen. Mit dieser erstaunlichen Reinigungsknete wirst du also immer ein sauberes Smartphone haben. Zu guter Letzt möchten wir dir noch die SyncWire Cable Clips vorstellen. Diese Kabelhalter sind großartig für Büro- oder Heimschreibtische. Wenn du viele Ladekabel in deinem PC oder Laptop herumliegen hast, wirst du Schwierigkeiten haben, sie zu organisieren. Die SyncWire Cable Clips sind mit bis zu 5 verschiedenen großen Löchern erhältlich, um deinen individuellen Bedürfnissen zu Hause oder im Büro gerecht zu werden. Und kompatibel mit Kabeln mit einem Umfang von weniger als 6 mm zu sein. Es besteht aus einem hochwertigen Silikon, das sowohl ungiftig als auch geruchsneutral ist. Auch nach vielen gründlichen Tests behält das Material seine Viskosität und hinterlässt kaum Abnutzungserscheinungen. Der Kabelclip hilft dir, all die lästigen Kabel auf deinem Schreibtisch, Fernseher, Steckdose, Aktenschrank, Computer oder von deinem Telefon zu organisieren. Dieses Gadget ist ein Muss für Büroangestellte oder Studenten, um ihren Schreibtisch sauber und organisiert zu haben. Wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Hier seht ihr nun unser zuletzt hochgeladenes Video, das ihr euch auch gerne noch anschauen könnt. Vergesst außerdem nicht, dieses Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Ciao!